Willkommen im Paradies! Dieses Einfamilienhaus ist ein wahres Juwel für Menschen, die die Natur lieben. Sie haben hier hinten, hinter dem Haus, nicht nur eine zusätzliche Terrasse, die insbesondere in den heißen Sommermonaten einen sehr angenehmen, schattigen Schutz bietet, sondern Sie haben hier tatsächlich den direkten Zugang in die Weinberge. Heute ist natürlich auch ein traumhafter Tag, traumhafter Frühlingstag, es blüht alles, die Frügel zwitschern. Sie können hier quasi direkt vor der Haustür wunderbare Spaziergänge machen, mit Ihrem Hund laufen oder auch die Kinder spielen lassen. Und das Grundstück bietet hier noch eine zusätzliche Einkerbung für ein Auto. Das heißt, Sie können tatsächlich hier einfach von hinten ranfahren, direkt hinten am Haus parken und Ihre Einkäufe abladen oder hier auch einfach mal das Auto stehen lassen. Melden Sie sich bei uns und lassen Sie uns persönlich dieses Haus gemeinsam anschauen, damit Sie sich selbst überzeugen können von dieser traumhaften Lage unmittelbar an den Weinbergen.